... vor lauter Eile und Stress, ich habe beinahe nicht alles geschafft. Ich muss natürlich noch daran erinnern und ich muss vor allen Dingen den Zuschauern sagen, wo wir dich das nächste Mal erleben dürfen, denn du spielst ja derzeit eine fantastische Rolle. Ich spiele im Moment im Ronnache in Wien, in einer Musicalproduktion von der Vereinigten Bühne in Wien. Der Besuch der alten Dame. Alfred Ill wird gespielt von Uwe Kröger, ich spiele die Claire Zachanassian, eine rachsüchtige Geschäftsfrau, die zurückkehrt in ihre Heimatstadt in Gülen und in Gülen ein unmoralisches Angebot macht. Das hört sich sehr gut an. Ein Stück nach Friedrich Dürrenmann, der Besuch der alten Dame. Hier sehen wir dich in Aktion. Wir wünschen dir dafür alles Glück dieser Welt. Danke dir. Viel Erfolg. Danke dir, Pia. Und ich brauche jetzt ein bisschen Glück, du kannst mir die Daumen drücken, denn jetzt war das ein Abenteuer auf mich. Dankeschön, Pia Daos. Danke. Und es geht Schlag auf Schlag. Jo Alexander, komm zu mir. Jo Alexander ist Extremcoach und wir haben in den letzten Jahren einiges erleben können. Sag mal, was war für dich so das extremste Abenteuer?